Restaurantbesuch Es ist ein ruhiger Sonntag. Julia geht in ein Restaurant. Das Restaurant ist bekannt für seine leckeren Nudelgerichte. Julia isst gerne Nudeln. Am liebsten mag sie Nudeln mit Pesto. Heute setzt sich Julia an die Fensterseite. Die Sonne scheint durch das Fenster. Ein Kellner kommt zu ihrem Tisch. Der Kellner fragt Julia, was sie zu trinken möchte. Julia bestellt ein Glas Cola. Danach bekommt sie die Speisekarte. Es gibt verschiedene Gerichte. Die meisten Speisen sind mit Nudeln. Es gibt aber auch Salate und Nachspeisen. Der Kellner kommt mit Julias Getränk wieder. Er stellt die Cola auf dem Tisch ab. Danach fragt er, was sie zu essen bestellen möchte. Julia nimmt das Gericht mit dem grünen Pesto und Schafskäse. Es dauert ein bisschen, bis das Essen zubereitet ist. Julia ist schon etwas hungrig. Dann kommt der Kellner zurück. Julia probiert eine Portion. Die Nudeln sind noch heiß, aber sehr lecker. Juni ist noch den